wie das wie das juckt das war voll ins gesicht gedrückt ja das da nimmt ja keine rücksicht hier ist schon mega blau und der meuchler ist auch hier das war doch gleich den meuchler typen ja auf jeden fall ich habe gerade gesehen wie der meuchler weggelaufen ist weil ich zwei bornheim habe meine munition ist aber bereits voll ich hoffe er kommt hier zu mir nein hier ist ja ich zünde man fassern aber das hat nichts ja baue dich hier schön auf bisher wieder der sagt jetzt auch zwei schöne munitionskisten richtig angezündet ja es nicht stimmt so manchmal bin ich ein bisschen ja das problem man weiß auch nicht wo der andere hinläuft noch aber das schadet ihm auf jeden fall richtig gut ist da oben gelaufen ja ja habe eben gedacht ich höre doch schritt auch immer noch so viel wir haben es ihnen ja schon ganz gut besorgt aber ja aber er braucht noch ein bisschen die verbannen ja schon den anderen so das hat er mich hier mit seinem käfer überschüttet und hat mir ein verpult war der assassiner hat mich platt gemacht gibt es ja nicht hat er so ein lübbel ich lebe dich schnell wieder danke danke sonst musst du kurz rausrennen oder so ich bin mal kurz spritzi vorsicht er kommt wieder jetzt wird es aber mit der munition knapp aber hier gab es noch hier zum beispiel da wer dir hinterher rennt und hier gibt es auch munition super jetzt muss mich noch mal verbinden hier jetzt komm her du dreck sag ich lade jetzt nach und die nächste schüsse gehören dir ja hat jetzt lade und nach hier es gibt es doch gar nicht bitte nicht nach also ich habe nur noch zwei schuss er hat mich wieder platt gemacht nein gibt es doch nicht das ist aber auch gleich tot wo ist er denn jetzt richtig heftig genau da brauchen wir nicht mehr viel hier ist auch dich auf zeig dich jetzt haben wir dann belebe ich dich wieder und dann verbanne ich ihn dann wirst du gleich geheilt super auch herrlich so dann gehe ich jetzt hier noch mal auf die suche was munition angeht ja vielleicht werden wir sie noch brauchen hier ist noch eine komplette ja hier noch mal kurz nach oben da war auch eine komplette also nicht komplett aber fast ich kann wieder rein das war echt ein risiko voll mutig erst mal nachladen oh hunde sind hier oben die fehlen uns auch noch aber diesmal ist der ausgang nah ah das ist gut da kann uns keiner zuparken irgendwie so dort ist ja munition noch markiert ne genau da oben ich weiß jetzt gar nicht mehr wo der von antwort die hunde haben gebellt es kann aber auch hier ist noch mehr munition für dich glaube ich ach da unten ne ok ich kann mal runter ich muss mir echt mal angewöhnen wenn ich zwei dieselben waffen haben dass ich die erste waffe benutze und dass ich wenn ich die zweite benötige sich dann einfach nur nach hinten ziehen muss also weiß ich manchmal nicht muss nach vorne oder nach hinten ziehen damit ich dann tausche hast du jetzt noch mal zwei magazine voll also beide waffen voll auf jeden fall auch bald ist es ich höre irgendwie im laufen ok ich weiß jetzt draußen ist oder ja ja da ist ja wo ich markiert hatte ich weiß nicht ob ich der ich habe ihn glaube ich getroffen ah scheiße er hat mich geblatt gemacht oh den muss man gut eingegeben ach scheiße scheiße schade ja 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 Vielen Dank.